Als hier ja nicht wirklich... Da? Ist das irgendwas? Ne, ne? Ne, ist auch bloß hier dann... Ein Bergsche. Gut, nö. Wir werden jetzt erst einmal... Bäumsche ab... Farmer gehe. Und wieder ist nichts gewachsen. Leute, das geht nicht. Warum wächst denn da nichts? Das ist doch scheiße. Funktioniert doch meine ganze Planung nicht. Kann ich mir nicht erzählen, dass hier nichts zeitig weg bin. Nichts mehr gewachsen ist. Naja, gut. Immer so kleine Kackdinger, ey. Ich will große, mächtige Bäume. So, das und das. Dann nehmen wir die... Das Äxtle kloppert hier ein paar Baumstämmen aus der... Getting Wood. Warum habe ich denn... Hä? Kriege ich denn das Achievement jetzt? Ich habe doch schon so viel Wood bekommen. Na ja, gut. Klopp, klopp, klopp. Du auch. Sehr schön. Achja. Bis wir aber dann das Haus fertig haben und da einziehen können, dauert es eine ganze Weile. Sind doch so weit aus... Ich muss... Nee, ich muss erst mal gucken. Ob ich das nicht bei Thaddeus irgendwo in die Nähe bauen kann. Verdammt. Ähm... Wobei, hier kann ich Holz und Sand farmen. Aber da muss ich zum Turm wieder so ewig weit laufen. Das ist immer das Problem. Zack. 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 Und erzähl mir jetzt nicht, dass ihr hier nicht wachsen könnt. Mit dem Mehl wachst ihr doch auch. Blöde Dinger. Nein, kein Gras wachsen lassen. Ei, 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 ei. So. Bäumsche hinsetze. Wachse lasse. Abfarme. Ist am einfachsten. Ach, jetzt hab ich... Ach, scheiße. Nee, eben nett. Sonst krieg ich hier ja gar keine... Dinger raus, du. So, die Achse haben wir jetzt noch. Verbrauchen wir jetzt noch. Na. Und... Ach Gott, da hat's noch viele. Eie, 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 eie. So. Ja, da geht doch was. Da kann auch noch mal eins noch. Das glaube ich auch gleich weg da. Ach, ne, das ist mal ein größerer Baum, aber die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oder gehörst du zu dem Baum? Ach, ich pfick's doch gar nicht. Nee, du bist ein gesonderter Baum. Ach, was weiß ich. Was weiß denn ich, Mann? Du bist ein schöner kleiner Baum. Doch, 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 doch. Bisschen was brauchen wir auch wieder für unseren... Für unsere Wäldsche, was ich aufbauen möchte. so schneewäldchen so ich kann ich auch verklocken da hin so auch eins hin das nehme ich mit das auch die nehme ich auch mit was habe ich denn hier alles drin schaufel wohl immer auch mit so da ist was ich jetzt war dann war es das aber auch schon also fürs erste meint da meint meint so was ist auch meins was ich jetzt machen werde ich werde ein ding bauen werde mir bettchen machen und werde mich habe ich angefangen mit buddeln da habe ich angefangen mit buddeln mich wieder eingraben dass ich nachts nicht von monstern überrascht werde ich nehme mich wieder mit so ihr seid immer noch nicht weg wie lange braucht denn ihr bis ihr weg seid so habe ich jetzt alle mitgenommen ich glaube ja da ist noch eins sand können wir eh keins mitnehmen habe ich nicht genug ich hätte meinen scheiß mal wegpacken können naja gut dann werden wir jetzt mal probieren ob wir wieder zurückkommen wie viel holz habe ich denn jetzt eigentlich viel ist ja nicht aber wenn ich schon zu bis ein bisschen für den yogi damit er mich auch versteht ich glaube ich muss da lang da ist eine kuh zum beispiel hallo kuh woha fuck halt nein manchmal kommt ein hühnchen raus manchmal nicht da ist doch schon wieder sumpfgebiet wird ja komplett falsch ach aber da ist schnee müssen wir hier lang quasi hoffe ich es ruckelt was aber nicht schlimm ist ja genau wir müssen uns hier dann halt weiter deus wollte ich es doch gar nicht bauen ich weiß auch nicht das irgendwie ist da weiß ich nicht noch ein haus im schnee ich wollte eigentlich mal ein bisschen ins grüne aber hier ist ja auch grün aber da ist halt schnee und ich wollte das haus nicht am schneewasser bauen ja jetzt habe ich wieder keine ahnung wo ich den scheiß hin bauen soll ich könnte den doch mal hier rein mit blick auf tadeus so hier oben drauf dann könnte ich mir ach was weiß ich ich habe keine ahnung oder ich baue den bei unserem verglasen berg hin da ist doch auch wasser halt wo ist denn ich glaube schon wieder falsch ne ah ja cool ja ich bin gerade an kohle vorbeigelaufen ich weiß das aber hier ist keine kohle hier ist eisen alter und dann nehme ich die kohle dann doch auch gleich mit so na aufhörts komm äh jetzt habe ich mich wieder verlaufen verdammt nochmal wo ist denn da ist der turm da ist der turm ich bin komplett falsch shit na blöd oder ich baue es hier hin ah doch perfekt hier haben wir ein wasser ich will ja mal ganz kurz nochmal gucken ähm bei meinem verglasen berg ob dahinter oder ich baue es hier hin schöne offene fläche wasser und meine weizenfarm in der nähe meine weizenfarm in der nähe mhm oder ich baue es natürlich auch hier kann ich es auch machen ich das hier hin mache so mitten in den berg rein ach ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich renne jetzt schon wieder sinnlos durch die gegend ne ach wisst du was ich mach das jetzt einfach scheiß egal ich baue das jetzt hier an den berg ich baue das jetzt hier an den berg hier ist dann mein bisserl wasser muss man ja nur gucken dass ich die fläche ungefähr so hinkriege wie ich es brauche ach scheiße so nein ach komm schon hier wächst überall krass das ist voll nervig da noch das muss nachher weg dann kommt das hier hin ne ich baue das da hin das machen wir jetzt erstmal weg das muss alles weg leider gottes aber es muss so sein denn ich will es so gut dass ich die schaufel mitgenommen habe ich wusste dass ich die noch brauche so das muss leider gottes auch noch weg und das mag vielleicht auch ich weiß es noch nicht ich will eine schöne ebene fläche haben dann ja das wird jetzt wieder das ist jetzt wieder so spannend dass ich selber so gefesselt bin nichts sagen kann deswegen genießt einfach die spannende spannung da 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 ach verdammt na na jetzt das da und so da da das Feld ist größer als ich dachte scheiße ne das reicht nicht aber ich kann das ja ich mach das jetzt noch fertig dann ist eh schon wieder dunkel das 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 ist das das Ach Scheiße. So. Hätte ich mich eingebuddelt, gings, wär's glaube ich schneller gegangen. Weil jetzt darf ich den ganzen Kack bitte wegmachen. Ich depp. Ah, wo ist mein Schwert, wo ist mein Schwert? Nein. Okay. Wir haben sie aber auch gleich geschafft. Hoffentlich. Ach ja, ach ja. Ne, irgendwie wird das nicht weniger. Oder bilde ich mir das bloß ein. Na doch, jetzt haben wir's gleich. Und dann werden wir einfach mal anfangen, da was reinzubasteln. So. Ha. Hab ich noch ne Schaufel? Ne, natürlich nicht. Egal. Ich brauche hier erstmal... Holz. So. Jetzt, wo wollen wir anfangen? Ah, ich mach das jetzt einfach mal... ...hier hin. Das ist dann zwar nicht ganz so, wie ich es wollte. Ich mach das da hin. Nicht hinten. Ach, egal. Wir machen das einfach mal. So, wollen wir mal ein... Na, wo fangen wir an, wo fangen wir an noch? Wir müssen hier anfangen. Egal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. n office. So, jetzt... Ich muss hier auf jeden Fall...